Hey, ich bin Saskia. Ich bin im zweiten Lehrjahr und mache Ausbildung zur Fachfrau Textilpflege EFZ bei der BARDUSCH AG. BARDUSCH AG ist eine Grosswäscherei mit Hauptsitz in Basel. Unsere Kunden sind Betriebe wie Spitäler, Hotels und Produktionsbetriebe in der Industrie. Bei uns werden täglich rund 30 Tonnen Wäsche gewaschen. Nachdem die Schmutzwäsche bei uns angeliefert wird, wird das an hochmoderne Waschtaktströße gewaschen. Ich lerne, die Waschprogramme und die Waschmitteldosierung zu programmieren. Am Ende vom Waschen kommt die Wäschhandfecht aus der Maschine und wird dann an den weiteren Trocknungsprozess zugeführt. Es gibt auch Wäsche, die vollautomatisch getrocknet wird. Mittels eines Computerstands und Tourplans kann ich sämtliche fertige Kunden für die Auslieferung abrufen. Bevor die Wäsche zum Kunden geht, erstelle ich noch eine Lieferscheine, die elektronisch erfasst werden. Als Lernende ist man immer gut aufgehoben in der BARDUSCH AG. Und wenn deine Interessen gewagt sind, dann bewebe dich doch noch heute bei der BARDUSCH AG. Wäsche